Jo, hallo Leute, wie einige sicher schon bemerkt haben, war ich gestern in dem Video eines anderen YouTubers, dem CajunLP, zu Gast. Wir haben einen kleinen Streifzug durch meine mittelalterliche Minecraft-Welt gemacht. Das dürfte insbesondere diejenigen freuen, die mich jetzt schon seit langem nach einem Let's Show gefragt haben. Ein herzliches Dankeschön auch an den lieben Cajun, der die Idee für dieses tolle Projekt hatte. Scheut euch nicht, auch einmal auf seinem Kanal vorbeizuschauen und wenn es euch gefällt, ein Abo dort zu lassen. Am Ende des Videos sage ich dann nochmal kurz was dazu, wie ihr die Map downloaden könnt und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo, mein Name ist CajunLP und wir stehen hier mitten in der Pampa mit, mir meine ich, Minecraft-Stuff. Jo, hallo. Und ich natürlich und wir zeigen hier heute die Map von Minecraft-Stuff. Einer meiner treuen Abonnenten, der auch schon einige Abonnenten an sich binden konnte. Nicht nur mit seinen Minecraft-Projekten, sondern vor allen Dingen auch mit Skyrim. Da macht er viele tolle Tutorials und das sieht hier noch nicht so awesome aus. Also drehen wir uns einfach mal um. Und was sehen wir da? Tada, eine riesige Burg. Wie kommt die denn da hin? Und vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie du das gebaut hast, wann du das gebaut hast und vor allen Dingen, wie lange du dafür gebraucht hast. Und wir laufen hier einfach mal durch. Jo, also ich habe mir vorgenommen, eine mittelalterliche Welt hier in Minecraft zu erstellen. Und das hat mich jetzt und die letzten anderthalb Jahre gebraucht. Das hatte einfach den Grund, dass ich ohne Cheats und ohne Mods weitergearbeitet habe. Ja, und deshalb habe ich einfach so lange gebraucht, hier die Map zusammen zu zimmern. Und ja, die Burg hat an und für sich gar nicht so lange gebraucht. Da habe ich ein Wochenende gesessen, um einfach meinen ganzen Cobblestone irgendwie unterzubringen. Und ja, das war dann relativ nice, dass so etwas Großes dabei rausgekommen ist. Jo, lass uns doch mal ein bisschen rumlaufen, mal in die Burg reinschauen und dann kannst du ja mal ein bisschen weiter erzählen. So, zu den Objekten vielleicht so ein bisschen was beschreiben, was wir gerade sehen. Jo, also hier geht es jetzt gleich den Hang hoch und da kommen wir dort durch den Burgeingang. Das ist aber nicht der einzige. Ich habe noch einen Fluchtweg gebaut, der geht hinten raus in den See. Also da kann man dann unter Wasser dort rausschwimmen, falls die Burg dann doch eingenommen würde. Ja, hier runter schauen wir jetzt auf den Rest der Stadt. Da hinten sehen wir auch schon die Kirche. Hier unten unter uns ist jetzt auch gerade der Ursprung der Stadt, wo die Stadt mal angefangen hat. Das sieht noch nicht alles so toll aus, eben nur ein paar Holz- und Sandhäuser. Und da sieht man dann auch ganz schön, wie ich immer mehr Materialien dazu bekommen habe und wie sich einfach die Stadt entwickelt hat und immer reicher wurde. Das ist einfach das Schöne, wenn man nicht cheatet. Das ist ja ein riesiges Projekt, also mehrere Jahre hast du gesagt, hast du dafür gebraucht? Ja, es waren jetzt ungefähr anderthalb Jahre. Man hat einfach bei Minecraft so seine Zeiten, wo man total viel macht und dann plötzlich eine Zeit, wo man relativ down ist und sagt, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Ja, insofern geht das immer ein bisschen auf und ab. Aber über die letzten anderthalb Jahre ist es stetig gewachsen. Völlig verständlich, aber das ist auch echt detailverliebt, wenn man das so sagen darf. Überall so ein kleiner Balkon dran, oh jetzt bin ich runtergefallen, scheiße. So, ich hoffe, du springst damit hinterher. Okay, klar doch. Da gucken wir hier unten einfach mal weiter. Und hier sind auch so nette Schilder dran. In die Färberei, da können wir mal kurz reingehen. Okay, ja, das war mein drittes Haus, was ich auf der Map gebaut habe. Deshalb ist es noch nicht ganz so detailgetreu, noch relativ, ja, ärmlich ausgestaltet. Wenn wir jetzt hier runtergehen, finden wir hier unten noch einen Keller, wo so Wolle und so von mir gelagert wurde. Inzwischen habe ich mein ganzes Zeit woanders, aber ich habe einfach die Wolle, weil sie so gut zur Färberei passte, hier unten gelassen. Und ja, wenn man hier durch die Luke geht, kann man noch in die Kanalisation runterkommen, wenn man möchte. Du hast eine Kanalisation unter der ganzen Stadt gebaut? Genau. Mit der bin ich auch noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, das sieht hier ein bisschen noch wüst aus, aber... Wahnsinn, wie unter Paris. Das riesige Labyrinth. Ja, als ich mich dann eines Tages hier mal verlaufen habe, habe ich beschlossen, hier drin eine Wegweise und Schilder anzubringen, damit ich hier wieder rausfinde. Das ist sinnvoll. Und du hast wirklich alles ohne Creative Mod gemacht. Also wir sind ja gerade, du hast mir hier die Map geschickt, als kleine Backup-Map. Wir spielen jetzt hier quasi im Multiplayer. Und, ähm, wo bist du denn jetzt? Ich bin genau hinter dir. Und, ähm, du hast es aber nicht im Creative Mode gebaut, sondern wirklich alles tatsächlich im, ja, wie nennt man das? Adventure Mode? Ja, genau. Alles war frei von Hand. Ich habe ja damals auch als altes Urgestein mit Version 1.4 angefangen. Da gab es den Creative Mod noch gar nicht. Ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Ja, genau. Und, ja, ich habe einige Mods verwendet, die ich einfach brauchte. Der erste ist ein sogenannter Gras Mod. Ähm, der hat es zum Ersten erlaubt, dass überall auf der Welt mehr Gras gewachsen ist. Das finde ich sieht einfach ein bisschen schöner aus. Und zum anderen hat es sehr erlaubt, dass ich quasi Grasblöcke abbauen konnte und dann Grasblöcke im Inventar hatte, weil ich in der Stadt Blumenbeete bauen wollte. Und das Gras wächst ja nur, wenn es schon mit einem... ... zusammen liegt. Und, ja, genau deshalb brauchte ich diesen Mod einfach, sonst hätte ich jetzt hier nur irgendwelche dreckigen Erdklumpen in der Stadt. Ja, ich habe das damals immer mit Knochen... ... ich weiß aber nicht, ob es das damals in der Version schon gab. Und, ähm, jetzt wird es hier ein bisschen finsterer. Was schauen wir uns jetzt als nächstes an? Was hast du noch so gebaut, tolles? Also, was ist das hier? Die Bibliothek. Genau, das ist die Bibliothek. Habe ich nach dem Gründer Minecraft, dem Herrn Notch, benannt. Ja, so mit einigen Gebäuden, so von einigen auch YouTube-Größen mit Minecraft, habe ich einfach so die Namen genommen und nach denen benannt. Das fand ich damals ziemlich lustig. Hast du auch irgendwas von Kronk gebaut oder benannt? Ähm, nein, von Kronk persönlich nicht. Ich persönlich hatte mein großes Vorbild. Kronk bringt man ja auch nicht in Verbindung mit Minecraft, von daher ist er schon in Ordnung. Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe eher so meine Vorbilder genommen. Wenn man hier durchgeht, kommen wir in den Gelehrtenclub. Oder wie auch immer man es bezeichnen mag. Hops. Ähm. Ja, ich habe ein großes Vorbild gehabt, das war der Barrio Genese. Oder wie auch immer man seinen Kanal aussprechen kann. Der hat in der Mittelalter Welt auch auf YouTube veröffentlicht. Und ja, die fand ich einfach so toll. Der hat mich damals auch motiviert, hier mit anzufangen, mit diesem Projekt. Und die Map ist ähnlich groß, oder? Äh, ich weiß nicht, wie groß seine Map ist. Er ist jetzt nicht zum Download gestellt. Aber einfach die YouTube-Videos, die er gemacht hat, haben mich sehr beeindruckt damals. Also nur noch der Vollständigkeit halber sage ich hier nochmal, dass diese Map natürlich auch runtergeladen werden kann. Unter der Voraussetzung, dass man dich natürlich auf deinen Kanal abonniert. Das ist so ein kleines Special für deine Abonnenten. Genau. Dein Kanal ist, ähm, auch auf meinem Kanal verlinkt natürlich. Und umgekehrt, einfach mal in die Kanalübersicht gehen. Unten rechts ist dann so eine, ja, was ist das für eine Knarre? In deinem Avatar-Buch. Ah, keine Ahnung. Irgendeine, echt. Ja. So ein Gaming-Icon, genau. Genau, irgend so ein Gewehr einfach. Und, ähm, ja, also könnt ihr nicht übersehen. Heißt auch nicht Minecraft-Stuff, sondern Game-Tutorials, glaube ich. Tipps und Tricks, genau. Genau, und da einfach mal draufklicken und reinschauen. Und, äh, wie gesagt, Skyrim macht da halt auch ganz, ganz viel. Und jetzt haben wir uns, äh, total verloren. Also ich hab mich hier in deiner riesigen, epischen Stadt so eben verlaufen. Wo bist du? Okay. Ah, ich seh dich. Ich fliege gerade über dir. Okay. Ja, fliegen, äh... Ich fliege mal ein. Was ist das hier? Was hast du dir dabei gedacht? Ach so, das ist nur ein kleines Nahrungsmittel. Äh, Lieferant hier. Also, hier baue ich ein paar Melonen und so an. Einfach, falls, ja, ich's brauche, weil mein Leben knapp wird oder so. Also, das ist jetzt irgendwie, ja. Ich hab mir die Map ja mal angeschaut. Und, ähm, du hast noch ein riesiges, äh, Kloster oder, oder was das ist. Da können wir ja mal hinlaufen. Ich glaub, das ist da vorne das Teil. Genau. Genau, man siehst das hier schon. Bisschen dunkel. Das sieht aber ganz schön aus mit der Beleuchtung, finde ich, immer. Weil da eben auch so viele Fackeln und Glowstone drin sind. Dann leuchtet das immer durch die Nacht. Das, finde ich, sieht ganz hübsch aus. Wo bist du denn jetzt schon wieder? In Richtung Kloster gelaufen. Ach so, alles klar. Ach hier, ja, ich seh dich. Dreh dich um. Yo. Ah, ich bin hinter dir. Ja. So, von hier hat man echt einen guten Blick. Und auch ein riesiges Objekt. Also, ähm, meine User, ich hab ja hier Timelapse-Projekte am Laufen und so weiter. Und, ähm, die haben sich auch mal an einem Kloster versucht. Das sah auch schon ganz toll aus. Aber, äh, ist natürlich kein Vergleich zu diesem, äh, ja, wie möchte man das nennen? Prachtstück. Nein, in den Timelapse hätte das wahrscheinlich auch gar nicht reingepasst. Weil, ich hab ungefähr anderthalb Monate oder so an dem Kloster gebaut. Insofern, ja, das könnt ihr keine Festplatte dieser Welt fassen als Timelapse. Wahnsinn. So, ich geh dann mal hier ganz frech zum Vordereingang. Hier kann man schon mal so ein bisschen in die Fenster reingucken. Guckt euch das an. Was ist das für ein riesiges Objekt? Das muss man sich mal vorstellen. Alleine erbaut. In Minecraft. Im, im Adventure-Modus. Beziehungsweise ganz, in ganz normalen, stinknormalen Modus. Wo man wirklich Wolle selbst züchten muss. Und, äh, und so weiter und so fort. Wahnsinn. Ja, also für das Design dieses Klosters gab es allerdings ein reales Vorbild. Äh, ich bin auf die Idee gekommen, dieses Kloster zu bauen nach einem Urlaub in Österreich. Äh, da war ich im Klosterstift Melk gewesen. Und ja, das fand ich total cool. Und Minecraft-Suchti, wie ich bin, hab ich gedacht, okay, das kann man doch eigentlich in ein Minecraft-Kloster umwandeln. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Ja, krasse Scheiße, sag ich einfach mal dazu. Und, äh, hier hinten geht's auch noch lang. Hier sind Kisten, hier ist so ein kleiner, was ist das hier, der Tortentisch. Ach so, genau. Ja, aber ich weiß nicht immer genau, was ich so auf meine Tische draufpacken soll. Viel gibt's da ja nicht, was man so als Deko reinpacken muss. Weil wenn man hier im Kloster einfach Raum nach Raum ausgestalten muss, dann, ja, wird's mit Dekorationen immer ein bisschen knapp. Und deshalb hab ich einfach haufenweise Torten überall verteilt, weil die Mönche waren eben gut genährt. Was ist hier unten noch drin? Hast du das ganze Ding noch unterhüllt, oder? Ah, nee, nee, wir sind jetzt gerade im Erdgeschoss. Ach so. Wenn wir jetzt hier hinten rausgehen, kommen wir in den Hinterhof. Total verplant, wie ich bin. Aber bei dieser Größe verliert man echt mal ganz schnell den Überblick. Hier geht's jetzt noch in die Klosterbibliothek. Das ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, ich hab über meine Map verteilt auch noch relativ viele Farmen, wo ich auch viel drauf gearbeitet hab. Wo ich eben zum Beispiel haufenweise Zuckerrohr und so für meine Bücher registriert hab. Also, ich hab wahrscheinlich den größten Teil meiner Zeit immer auf irgendwelchen Farmen oder Bergwerken verbracht. Und viel weniger beim Bauen. Weil wenn man sich beim Bauen erstmal eine Vorstellung gemacht hat, was man so entwerfen möchte, dann geht das eigentlich dann relativ schnell von der Hand. Ja, das ist klar. Aber natürlich die ganzen Ressourcen sammeln, das nimmt halt unglaublich viel Zeit in Anspruch. Und, ähm, ja, was bist du eigentlich? Erzähl mal ein bisschen von dir, wie alt bist du? Ähm, ich bin jetzt 18 Jahre und ich bin im Ausland. Also, ich bin jetzt nicht in Deutschland momentan, komme aber bald nach Deutschland zurück. Ich studiere hier und... Was ist das zur Hölle? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber was hast du hier alles reingebaut? Äh, hier oben ist nicht mehr viel. Hier oben ist jetzt gerade ein leerer Raum. Äh, ja, ich hab eigentlich fast alle Räume ausgestaltet. Ich glaub, das ist einer der wenigen, wo ich noch nicht wusste, was ich reinmachen muss. Das hier ist einfach quasi eine Art Dachboden mit ein paar Kisten zur Deko. Ja. Und die ganze Wolle hast du rot gefärbt natürlich. Genau, da gibt's einen ganz schönen Trick, den ich vielen ans Herz legen möchte. Man kann ja Wolle mit Farbstoff färben und dann braucht man einen Farbstoff für ein Stück Wolle. Aber man kann auch mit einem Stück Farbstoff ein Schaf färben und dann dem Schaf die Wolle abziehen. Und dann bekommt man vier Stück oder je nachdem, wie viel das Schaf eben abgibt. Und es wechselt auch in derselben Farbe wie der Nacht, glaube ich sogar, ne? Äh, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich bin mir da sicher, das ist so. Und das ist natürlich ein toller Hinweis. Das hat mir echt sehr weitergeholfen, sonst... Ja, das Farbstoff sammeln dauert ja ewig. Und Blumen kann man ja meines Erachtens auch noch nicht züchten. Ähm, nee. Also es geht halt mit Knochenmehl. Kannst du halt deine Wiesen bestreuen und dann mal schauen. Ja, genau. Da kommen die dann zufällig mal... Da kommen dann zufällig immer ein paar Blümchen, genau. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich hab die Map hier in Peaceful gebaut. Und ja, deshalb hab ich eben keine Skelette rumlaufen gehabt, groß. Ich hab ab und zu mal auf Normal gestellt gehabt. Einfach, um ein paar Skelette und auch andere Rohstoffe zu bekommen. Aber wie gesagt... Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Wie kommen wir hier wieder raus zur Hölle? Ich hab auch grad keine Ahnung, wo du bist. Ich hab versucht, hier an den Fersen zu bleiben. Ja. Aber... Ich bin einfach zu schnell. So, ich bin hier vor der Bibliothek. Ah, vor der Bibliothek. Innen oder außen? Ähm, innen, aber jetzt bin ich außen. Ah, warte, ich seh deinen Namen. Warte, ich bin gleich bei dir. Okay. Wunderbar. Ja, ich würd sagen, wir gehen hier einfach mal durch den Gang. Noch durch das Klostergeschäft, wo die Mönche ihre Erzeugnisse verkauft haben. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Bier vor allen Dingen wahrscheinlich. Genau, es gibt noch eine Brauerei hier im Kloster. Äh, die ist hier gleich auf der rechten Seite. Aber, ja, die sieht, wie ich finde, nicht so toll aus. Insofern, gehen wir da jetzt mal nicht rein. So, ich hab hier mal den Turbo eingeschaltet, dass ich hinterherkomme. Du bist ja wieder flott unterwegs hier, Kollege. Wie der Wind. Wie der Wind. Hier ist noch die... Hier ist noch die Mahlstube. Mit ein paar Gemälden. Ja, und hier ist einfach... Wahnsinn. Wie kommt man auf solche Ideen? Äh, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, das Kloster stand zuerst und... Ich hab dann einfach überlegt, was ich hier reinbauen könnte. Und ich hatte einfach unendlich viele Räume zu befüllen und... Ja, es... Ich hab dann einfach auch große, riesige Schlafsäle reingebaut, um langsam Füllung in das Kloster zu bringen. Und ja, man hat... Man legt sich einfach so, was haben denn die Mönche den ganzen Tag gemacht? Und ja, so kommt man dann langsam auf die Ideen. Ich hab auch... Ich hab mir die Map mal ein bisschen angeschaut. Du hast auch ein Piratenschiff. Das ist jetzt natürlich ziemlich weit weg. Da können wir mal kurz hinfliegen, wenn du willst. Okay, klar. Oder was heißt Piratenschiff? Das ist einfach ein, äh, großes Schiff. Genau, das liegt am Hafen vor Anker. Genau, auch so ein kleines... So ein kleiner Hafen. Und, ähm... Da fliegen wir natürlich auch gleich am Wolfsrudel vorbei, was ich auch noch gefunden habe. Und da oben, was ist das? Ein Ballon. Wahnsinn. Also... Ja, ob der so mittelalterlich ist, ist die Frage. Ja, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Hier ist das Wolfsrudel, von dem ich sprach. Wow. Genau. Da gibt's natürlich... Da gibt's natürlich einen schlimmen Bug mit dem Wolfsrudel. Ich mein, ich hab jetzt seit der Version 1.4 gearbeitet. Und irgendwann kam eben mal ein Update. Und nach dem Update hab ich mich gewundert, warum ich die Wölfe nicht mehr... mitnehmen kann. Und die waren vor allem mal der Meinung, mir nicht mehr folgen zu können. Das heißt, ja, die kommen jetzt einfach nicht mehr hinterher. Die stehen jetzt hier nur noch dekorationsmäßig in der Gegend rum. Ich werde hier wahrscheinlich eines Tages mal grauenvoll abschlachten müssen. Ja, sowas ist eben schade. Ähm, aber war halt in der Entwicklung von Minecraft nicht zu verhindern. Zumal es damals ja auch eine Beta-Version war. Und nun, äh, die Vollversion released ist. Also ich glaube nicht, dass Notch, äh, sich, äh, sich so ein Fauxpas nochmal erlauben wird. Wäre natürlich ungünstig. So, hier sind wir auch schon am Hafen. Da oben, wie gesagt, nochmal der, der Heißluftballon aus, äh, mittelalterlichen Schafstärmen, äh, aufgeblasen mit, ja, mit Luft eben. Und, äh, ich flieg da mal kurz hin. Das ist nämlich auch eine ganz nette Idee. Wenn man im Mittelalter nicht, ähm, hier Propangas hat oder sowas, hat man einfach Fackeln drunter geklemmt. Und dann rupt das Ding einfach ab. So, wieder zurück zum Hafen. Cool. Zack, da sind wir wieder. So, wie lange hast du für den Hafen gebraucht? Und was war deine Intention, hier diesen Hafen hinzusetzen? Ja, ich hab mir einfach gedacht, zu jeder Mittelalter ist eigentlich ein Hafen dazu. Und meine Intention ist es auch, dass der Hafen eines Tages mal mit der Stadt zusammenwächst. Die Stadt an sich ist ja noch eine einzige Baustelle, also ich bin ja noch lange nicht fertig. Und vielleicht mach ich eines Tages mal einen Surveillern, wo ich genügend Leute finden, die mir beim Bauen helfen würden. Und ja, in der Hoffnung, dass dann eines Tages die Stadt mal mit dem Hafen zusammenwächst. Und dass dann hier quasi in dieser Bucht die Schiffe einfahren können. Da hinten ist ja schon das Erste, das ich gebaut hab. Wie, hast du noch mehr? Also ich hab nur das gesehen, als ich die Mapma grob überflogen hatte. Ähm, ich hab noch eine zweite Baustelle, aber das Schiff ist noch nicht fertig. Das ist weiter hinten an meinem zweiten Kloster. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich aber nicht mehr hin, weil das ist richtig, richtig weit weg. Da brauchen wir eine Ewigkeit, um hinzukommen. Dann können wir uns das vielleicht nochmal ein anderem Mal anschauen, wenn du mit deiner Mapma ein bisschen weiter vorangekommen bist. Genau. Obwohl mir da eigentlich schon fast die Worte fehlen. So viel Arbeit und vor allen Dingen auch Zeit, wie du hier reingesteckt hast. Ja, wie gesagt, das ist Wahnsinn einfach. Hier kann man auch in den Schiffsbuch rein. Ich zeig euch das mal. Und was ist hier? Hier ist ein Loch. Warum ist hier ein Loch? Ach, das ist das Ruder. Ah ja, genau. Da kann man in das Schiff reinkommen von hier, wenn man, wie gesagt, keinen Creative Mod hat. Wie gesagt, ich hab ja ohne Cheats oder Creative Mod gebaut, da brauchte ich einen Eingang in das Schiff. Den gibt's ja sonst nicht. Klar, verständlich. So, ich hab aber noch was gesehen. Und zwar ist das ein epischer Wüstentempel. Wir fliegen mal wieder vor den Stadttoren, wo wir angefangen haben. Hier ist noch ein Turm. Ist das eine Art Leuchtturm? Genau, das ist der Leuchtturm. Wenn jetzt Nacht wäre, dann würde der auch leuchten, weil da drin ist, sind jede Menge Fackeln und Glowstone. Und ja, von der Entfernung sieht das dann relativ cool aus, wie das hier über der Bucht leuchtet. Ja, damals im Mittelalter hat man die Leuchttürme noch nicht, äh, Leuchttürme meine ich natürlich, ähm, noch nicht so rot-weiß nach diesem Schema gebaut, sondern einfach aus Stein. Genau. So war das eben. Da gab's auch gleich mal ein Fail nach nem Update wieder. Ich hatte da eigentlich Feuer drinne. Und mit einem Update hat Notch dann die Reichweite von Feuer erhöht. Und plötzlich hatte ich abgedatet und kam raus und mein ganzer Leuchtturm stand in Flammen. Das war ziemlich ärgerlich. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Zumal, ähm, ja hier, also, hast du hier deine Mod benutzt, also für diese, wie sie hier zum Beispiel ist. Hier sind ja ein Haufen Blumen, Pflanzen, Gräser und so weiter. Genau, das ist wie gesagt der Grasmod, von dem ich gesprochen hab. Äh, der lässt einfach meiner Meinung nach alles ein bisschen schöner aussehen. Und sorgt außerdem noch für jede Menge Blumen, die ich für mein Kloster gebraucht hab. Wunderbar, genau. Vor allen Dingen auch, um deine Wolle zu färben, beziehungsweise deine Schafe. Genau. Also, das Update kam dann genau im richtigen Moment, weil ich hatte das Kloster angefangen, als man Schafe noch nicht züchten konnte. Ja. Und da kam das Update dann wirklich genau in letzter Sekunde und da ging's dann um einiges schneller. Wobei, davor konnte man das noch ein bisschen austreten. Man musste sich einfach nur eine Insel suchen, wo Schafe drauf gespawnt sind. Und da musste man das Schaf dann einfach töten, sich umdrehen und schon war das Schaf wieder da. Insofern ging das damals auch noch relativ einfach. Aber durch das Züchten ist das jetzt einfach viel, viel schneller und effektiver geworden. Was zur Hölle ist das hier? Das ist eigentlich nur... Ja, so ungefähr. Das ist eine Moschee und links einfach nur irgendein orientalisches Wohnhaus. Ist so ziemlich nur eine Müllkammer für meinen ganzen Sandstein, weil ich brauche ja in meiner mittelalterlichen Map sonst nicht so viel Sandstein, aber man baut ja immer irgendwelchen ab, wenn man zum Beispiel am Hafen baut und dort den ganzen Sand wegschaufelt. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, ich muss da mal irgendwas mit dem Sandstein machen. Und da bauen wir hier noch eine kleine Wüstenniederlassung hin. Ja, und das ist dann halt diese Moschee geworden. Und durch den globalen Klimawandel haben wir hier leider auch Schnee in der Wüste. Das ist auch, ey, wieder mal einem Update verschuldet. Ich habe die Map geupdatet und bin rausgegangen, habe festgestellt, dass es auf einmal anfängt in der Wüste zu schneien. Naja, das hat mich dann weniger gefreut. Ich muss mal nach irgendwas suchen. Also wenn irgendjemand einen Mod kennt, der das wieder rückgängig machen könnte, wäre ich da sehr froh. Ja, ein Mod, um Klimazonen zu ändern quasi. Genau. Ja, ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der Minecraft-Experte. Ich kann mir vorstellen, da gibt es mit Sicherheit irgendwas, was man da machen kann. Oder zumindest Mods, die irgendwie das schneien oder regnen oder so verhindern. Dass eben jetzt kein Neuschnee mehr runterkommt. Und ich müsste dann hier einfach mühselig alles Schnee wegpixeln. Und da vorne hast du noch eine tolle Brücke gebaut, wo du wahrscheinlich auch wieder zwei Nächte dran gesessen hast. Genau, die geht momentan noch ins Nirgendwo. Hinter der Brücke ist dann eben eines Tages geplant, ja, die Straße zum Kloster hinzumachen. Vielleicht auch eine Eisenbahnlinie zum Kloster. Ach, das Kloster ist dann die Richtung, also das zweite Kloster. Du hattest ja noch ein Kloster, was aber fast am anderen Ende der Map ist, hattest du erzählt. Genau. Das zweite Kloster ist aber nicht aus Wolle gebaut, sondern aus Stein und Holz, finde ich. Sieht aber auch ganz schön aus, weil es ist ein tibetisches Kloster und es passt einfach ziemlich schön. Ich habe mich auch mal an ein bisschen China-Gebäuden probiert, aber das sah dann nicht so toll aus. Die stehen dann weit dort hinten noch in der Pampa rum. Und ich habe das Projekt aber aufgegeben, weil ich irgendwie nicht so gut chinesische Häuser designen kann. Aber ist das Kloster da hinten schon relativ gut ausgebaut? Das Kloster ist eigentlich so ziemlich gut befüllt. Ich habe da so ein bisschen mit Feuer und Wasser gespielt und so eine Art, ja, Tempel der Elemente gemacht. Ja, dann machen wir folgendes. Also ich will das Ding auf jeden Fall noch sehen. Dann machen wir hier kurz einen Cut und sind gleich wieder da. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder hier vor dem Kloster. Ja, der Eingang hier so ein bisschen dekoriert von einer Allee, würde ich sagen. Kann man so bezeichnen. Und dann gehen wir einfach mal rein. Und natürlich wird Minecraft Staff auch noch dazu eine ganze Menge erzählen wahrscheinlich. Jo, also ich habe das Kloster so weit weg gebaut, weil ich hier ein Himalaya-Kloster, ein tibetisches Kloster hinbauen wollte. Und es gibt bei mir in der Map jetzt nicht so viel Gebirge und deshalb musste ich ein ganzes Stück weit laufen, bis ich das gefunden hatte. Und jetzt sind wir hier einfach... Wie lange hast du gebraucht, um hier dieses riesige Loch auszuheben? Ha, aller Copplestone, den du jetzt hier an dem Kloster siehst, kommt aus dem Loch in der Mitte. Das heißt, das Loch war zur selben Zeit der Lieferant für sämtliche Rohstoffe hier. Wahnsinn. Und ja, das ging mit Hilfe von TNT. Dafür musste ich natürlich wieder meine Map auf Normal stellen, um ein paar Creeper zu jagen. Das ist dann immer eine ganz gefährliche Sache, weil man will ja nichts, was man schon gebaut hat, in die Luft jagen. Ja, vor allem diese miesen Creeper. Ja, genau. Aber es ist der einzige Weg, um an TNT ranzukommen, um hier einigermaßen ein Loch reinzumachen. Da unten ist die Bibliothek, wie gesagt. Und ja, man sieht hier einfach relativ viel, habe ich mit Feuer und Wasser gespielt, um einfach so ein bisschen Tempel der Elemente, sowas mystisch-tibetisches zu machen. Habe hier also multikulturell relativ viel in der Map gebaut. Also eine christliche Stadt mit christlichem Kloster, dann natürlich die Moschee, die wir gesehen haben. Und jetzt hier noch irgendwas hinduistisch oder buddhistisches. Ja. Und wie kommt man da runter? In die Bibliothek? Ähm, wir müssen jetzt erstmal hier runter in den Speisesaal gehen. Und dann geht es rechts und links jeweils die Treppe runter. Okay. Also eine Art, ähm, ja wie heißt das? Hier sind doch Schilder, wolltest du da noch irgendwas dran schreiben? Oder? Ähm, ne, die sind eigentlich nur Dekorationen, weil ich dachte, dass die Steine dort ein bisschen kahl aussehen. Ah, okay. An jedes Detail gedacht. Genau. Und da unten sehe ich auch, was du meinst mit Feuer und Wasser spielen. Hast du was für Steine, äh, genommen, dass sie so lange brennen? Ach, das sind Steine aus dem Neverl, also der Unterwelt. Äh, ja, in einem meiner Bergwerke habe ich das Portal dazu stehen. Okay, also das kann man dann auch noch entdecken. Also ich empfehle jedem, der Spaß am Minecraft hat, auf jeden Fall mal auf den Kanal zu schauen und, ähm, ihn zu abonnieren, um an diese goldene Map zu kommen. Und, äh, dann findet ihr vielleicht sogar das Portal und könnt vielleicht auch noch ein bisschen weiter bauen. Genau. Wie gesagt, also ich stelle die Map gerne für alles zur Verfügung. Ihr könnt euren Server damit machen. Ihr könnt, äh, damit auch auf YouTube Videos machen, wenn ihr wollt. Solange ich als, äh, Ersteller der Map gekennzeichnet werde, habe ich überhaupt keine Probleme damit, wenn ihr irgendwas damit macht. Insofern, ja, habt Spaß damit. Gut, und, ähm, da wollen wir auch gar nicht mehr so viel zeigen, sondern wollen auch noch hier so ein bisschen, ähm, ja, Spielraum offen lassen, äh, damit, äh, die User natürlich auch die Map selbst erkunden können. Und, ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle. War schön mit dir hier diese Begehung zu machen. Du hast wirklich was Großartiges erschaffen. Mein Name ist CajunLP. Danke, dass es bei dir sein durfte. Sehr gerne. Und vielleicht auch wieder ein andern Mal. Würde mich freuen. Scheinst ein toller Kollege zu sein. Und wir sagen Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr auf den Fußspuren von Cajun und mir auch diese Welt erkunden möchtet, dann könnt ihr das natürlich tun, denn ich habe sie als kleines Special für all meine Abonnenten zum Download freigegeben. Alles, was ihr machen müsst, ist, mich mit einer persönlichen Nachricht zu kontaktieren. Also einfach in euer E-Mail-Fach gehen, auf den großen Button E-Mail schreiben klicken, in die Adresszeile meinen Namen eingeben, als Betreffen Minecraft-Welt wählen und ihr werdet innerhalb von 24 Stunden meine Welt als Download-Link zugeschickt bekommen. Danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video.